Hallihallo, einmal für euch gezeigt ein Eggie-Breakie, ein ganz alter, bekannter Lion-Dance. Wir starten mit dem rechten Fuß und haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir drehen uns um ein Viertel nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von hier aus gehen wir um wärts. 1, 2, 3, das Knie, 1, 2, 3, der Kick, Schritt, Tap, Schritt, Tap und 4 Schritte am Platz.